Hallo ihr Lieben, es geht hier um diesen Multi-Enzym-Komplex. Enthält Amylase, Protease, Lactase, Lipase mit zusätzlichem Promealin und Papain. Wofür kann man es gebrauchen? Sagen wir es mal so, über die Jahre ermüdet unsere Bauchspeicheldrüse. Fast niemand von uns ernährt sich perfekt. Der ein oder andere Ernährungsfehler strapaziert die Bauchspeicheldrüse, wenn man zum Beispiel viel Kohlenhydrate immer gegessen hat und die muss immer wieder Insulin ausschütten, Insulin ausschütten, Insulin ausschütten, um die Adern freizuhalten, dann ermüdet man mit der Zeit. Und dann kann man in Büchern nachlesen, dass so ein Produkt hilfreich ist, damit die Bauchspeicheldrüse sozusagen Urlaub machen kann. Die Stoffe, die hier drin sind, die entlasten sie. Sie braucht dann selber weniger zu produzieren. Und das ist natürlich insgesamt ganz förderlich. Und dann ist zusätzlich Promealin und Papain mit drin. Das könnte man sagen, reinigt so ein bisschen auch die Adern. Wir nehmen es jetzt eine ganze Zeit schon ein und wir sind sehr zufrieden damit. Ich weiß nicht, ob wir es dauerhaft weiternehmen müssen. Also eine Zeit lang werden wir es auf alle Fälle noch nehmen, damit man uns sozusagen mal die Bauchspeicheldrüse, diesen Urlaub, ja, gegönnt hat. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, also bisher geht es uns gut. Unsere Verdauung ist wirklich gut. Wir nehmen natürlich noch andere Sachen ein. Jede Masse kann ich jetzt hier alles aus Zeitgründen gar nicht aufzählen. Es ist jedenfalls schon eine Menge. Ihr könnt das in meinen anderen Rezessionen ja auch nachlesen. Was wir alles so machen, kann sich lohnen. Und ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass jemand unsere Rezession oder meine Rezession überhaupt auch mal gesehen hat. Tut mir leid, irgendwas juckt mich gerade da im Auge. Das ist schon ein bisschen später am Abend. So, wie gesagt, das Multi-Enzym-Komplex. Wir sind damit zufrieden und wir können es empfehlen. Tschüss.